Nach so viel Nervenkitzel können Sie jetzt einmal wieder durchatmen und zwar mit Husch Mahusch. Das war im Übrigen ursprünglich eine der Aufgaben der Clowns, nach atemberaubenden Stücken für Erholung zu sorgen. Heute sind sie natürlich längst gleichwertige Artisten in der Zirkuswelt und kein Mensch spricht mehr von Pausenclowns. Husch Mahusch, der eigentlich Seemenschuster heißt, lebt abwechselnd in Deutschland und Frankreich. In den letzten Jahren ist er vor allem im Revue-Theater Lido in Paris aufgetreten. Heilsambo! Heilsambo! Ja! Heilsambo! Ja! Zerik. Applaus 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 Oh, ja. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine...